Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hast du Taylor schossen? Ja, ich glaube fast, das ist so Morgen Lorna Das ist kein guter Zeitpunkt, Sheriff Oh Gott, los schieb! Ich werde hier einfach warten, bis ich den Durchsuchungsbeschluss in den Händen halte Eher mit der Kohle und ich werde sie beide erschießen! Jetzt sofort! Ich will nicht weinselig werden Halten Sie die Klappe! Klappe halten! Halten Sie die Klappe! Halten Sie die Klappe! An einem Ort haben wir nicht gesucht Wo? Gott verdammt! Das scheint es ziemlich flott Wie lassen wir Dale denn nun verschwinden? Wo hast du denn gelernt, so mit elektrischen Geräten umzugehen? Handwerkskurs Die Polizei steht direkt draußen vor der Tür! Wie willst du diese Sache wieder hinkriegen? Selbst eine gute Frau muss nicht alles mitmachen Wo ist das Geld versteckt? Ich komme rein! Was für eine Riesenschweinerei! Ich glaube, das da ist Dale Zumindest ein Teil von ihm Wie geht's uns denn so, Sheriff? Wie geht's uns denn? Wie geht's uns denn? Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass er eine Riesenschweinige dass da ein Riesenschweinig Und auch